Kommen wir zur nächsten Technologiefamilie, kommen wir zu den erneuerbaren Gasen, kommen wir zum Wasserstoff. Ich möchte mit Ihnen sprechen über die zukünftige Wasserstoffanwendung im Sektor Eisen und Stahl. Sie wissen vielleicht, im Sektor Eisen und Stahl kommt heute zu weltweit zu rund zwei Drittel die in Österreich zum Teil entwickelte Hochofen-Linstonowitz-Konverter-Route zum Einsatz. Was passiert dabei? Im Hochofen wird Eisenerz mit Koks und Kohle zu Roheisen weiterverarbeitet und dieses Roheisen wird dann im LD-Konverter, im Linstonowitz-Konverter mit reinem Sauerstoff zu Rohstahl gefrischt. Und da ist es natürlich so, dass sehr sehr viel CO2 entsteht. In Österreich ist die Föstalpine der größte Einzel-CO2-Emittent, braucht 12-13 Megatonnen CO2 im Jahr oder stoß 12-13 Megatonnen CO2 im Jahr aus. Bei einem Gesamtausstoß in Österreich von 80-85 Megatonnen pro Jahr sind es circa 15 Prozent oder so. Das heißt, es ist durchaus maßgeblich. Warum ist das so? Einfach aufgrund des Einsatzes von Koks und Kohle. Und was ist jetzt die Alternative? Eben Koks und Kohle durch Wasserstoff zu ersetzen. Koks und Kohle hat ja im Verhütungsprozess mehrere Bedeutungen. Unter anderem ist es das Reduktionsmittel. Und mit Wasserstoff kann man genauso reduzieren. Man braucht aber einen etwas anderen Prozess. Man kann nicht mehr den Prozess so fahren wie es jetzt ist, also Hochofen und LD-Konverter, sondern man muss eben das ganze System umbauen. Man muss eine sogenannte Direktreduktion machen. Das sehen Sie da auf dem Bild abgebildet mit einem sogenannten Mitrex Reformer und mit einem Schachtofen. Und daraus bekommt man sogenanntes TRI, Direct Reduced Iron oder Eisenschwamm. Dieses Produkt, das hat nicht die Qualität von einem Rohreisen aus einem Hochofen, aber ist ein Vorprodukt für die Weiterverarbeitung. Und wie geht das jetzt dann? Also man erzeugt dieses DRI, diesen Eisenschwamm und bringt ihn dann in einem weiteren Prozessschritt in einem Elektro-Lichtbogenofen, in einem sogenannten EAF, Electric Arc Furnace ein. Und schafft es eben damit, sofern genügend Wasserstoff bereitgestellt wird, einen sehr CO2-armen Stahl zu erzeugen. Jetzt muss man sich die Stahlproduktion natürlich anschauen weltweit. Und da gibt es unterschiedliche Erzqualitäten, die eben da eingesetzt werden. Hoch- und niederwertiges Erz in Bezug auf den Roheisen oder in Bezug auf den Eisengehalt des Erzes. Und in Abhängigkeit von dem Eisengehalt des Erzes ist diese Downstream-Route, also das, was sozusagen nach der Direktreduktion passiert, ein bisschen unterschiedlich. Hochwertiges Eisenherz kann in dem Elektro-Lichtbogenofen weiterverarbeitet werden. Nicht so hochwertiges Erz braucht ein bisschen eine andere Route, einen sogenannten Smelter und im Anschluss wieder einen Konverter, ähnlich dem LD-Konverter heute. Wie schaut es mit den Kosten aus? Ist ja in Wirklichkeit ein ziemlicher Bruch mit dem traditionellen Steelmaking. Mit den Kosten schaut es gar nicht so schlecht aus, wenn man sich anschaut, dass auch die Wasserstoffpreise in absehbarer Zeit mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit sinken werden. Dann erkennt man, dass man da in Wirklichkeit auf einem guten Weg ist. Und wenn man sich anschaut, was die großen Eisen- und Stahlproducer eben machen, dann sind die gerade dabei, dass sie ihre ersten Pilotanlagen eben in die Welt stellen. Und die sind gar nicht so klein. Die haben durchaus Industriekapazität. Ein weiterer Einsatz von Wasserstoff in der Industrie ist die chemische Industrie. Wichtig heute in der chemischen Industrie ist die Ammoniakproduktion. Die Ammoniakproduktion im Chemiepark in Linz ist in Österreich der größte Erdgasverbraucher. Für was wird das Erdgas gebraucht im Chemiepark? Ja, um Wasserstoff zu erzeugen. Das Erdgas wird gespalten in CO2 und in Wasserstoff. Der Wasserstoff wird gemeinsam mit dem Stickstoff aus der Luft im sogenannten Haber-Bosch-Verfahren zu Ammoniak synthetisiert. Das CO2, das da entsteht, braucht man auch, aber nur zu einem kleinen Teil, um eben aus dem Ammoniak Harnstoff zu machen. Harnstoff ist ein Grundprodukt für viele Düngemittel. Und in der zukünftigen Chemieindustrie ist es eben so, dass man eben diesen Zwischenschritt über die Zerlegung des Erdgases gar nicht mehr braucht, sondern eben Ammoniak synthetisieren wird aus Luftstickstoff und Wasserstoff, der eben beispielsweise aus der Elektrolyse kommt. Also da spart man sich in Wirklichkeit was. Eine Frage dabei ist natürlich, wie sich die Chemieindustrie in der Zukunft aufstellt, ob man tatsächlich diesen Schritt der Haber-Bosch-Synthese, also Stickstoff und Wasserstoff wird Ammoniak, ob man das bei uns in Österreich macht, oder ob man diesen Ammoniak als Vorprodukt eben einkauft, irgendwo dort produziert, was vielleicht bessere Bedingungen zur Wasserstoffproduktion gibt, wie bei uns. Das ist noch nicht ganz geklärt, wie sich da die besten Routen in der Zukunft eben ausbilden. Spannend bleibt es, auf jeden Fall. Ein weiterer Einsatz in der chemischen Industrie ist die Methanolproduktion. Methanol ist eine Grundchemikalie, die für eine Reihe von weiteren chemischen Produkten eben benötigt wird. Wie macht man Methanol? Man macht Methanol aus einem sogenannten Synthesegas, also aus CO2, das beispielsweise aus der Zementindustrie kommt und aus Wasserstoff aus der Elektrolyse beispielsweise. Dieses Synthesegas wird dann in einem Reaktor, in einer sogenannten exodernen Reaktion in Richtung Methanol eben synthetisiert. Damit das funktioniert, diese Reaktion, muss dieses Synthesegas in einem richtigen Verhältnis vorliegen, im sogenannten stöchometrischen Verhältnis. Und um dieses stöchometrische Verhältnis, sprich die die Mischungsrate zwischen CO2 und Wasserstoff richtig einzustellen, braucht es eine spezielle Technologie, die sogenannte Reverse Water Gas Shift Reaction. Und da kann man über Prozessbedingungen wie Druck und Temperatur einstellen, in welchem Verhältnis eben CO2 und Wasserstoff eben vorliegt. Und das macht man eben genauso, wie man es eben braucht für beispielsweise die Methanolreaktion. Kommen wir zur letzten Route, die wir uns da heute gemeinsam im Anschauen von einer technologischen Perspektive, kommen wir zu Carbon Capture and Usage. Ich habe ja im systemischen Modul erklärt, was der Hintergrund ist für Carbon Capture and Usage. Und ich habe auch erklärt, dass der erste Schritt eben das Carbon Capturing ist. Aus unterschiedlichen, wir nennen das CO2-Punktquellen, wie beispielsweise der Zementindustrie. Und für dieses Carbon Capturing gibt es im Wesentlichen drei große Möglichkeiten. Die sogenannte Post-Combustion Sequestration, wo man nach einer Verbrennung des CO2 aus dem Rauchgas eben abscheidet. Nachteil dabei ist es, dass es sehr geringe CO2-Mengen im Abgas gibt. Wir sprechen da von einem sehr geringen CO2-Portialdruck. Das heißt, das ist ein relativ ein aufwändiges Verfahren, relativ ein energieintensives Verfahren. Im Gegensatz dazu gibt es Pre-Combustion Sequestration und Oxifuel. Pre-Combustion Sequestration, da muss man den Brennstoff, den man einsetzt, vor der Verbrennung vergasen. Und über diesen Schritt der Vergasung erreicht man geringere Mengen von einem brennbaren Gas. Und dort drinnen ist eben der CO2-Anteil relativ hoch und der Aufwand, dieses CO2 dort abzutrennen. Ja, ist nicht mehr so groß wie im vorherigen genannten Verfahren. Die dritte Möglichkeit eben Oxifuel. Aus meiner Sicht ganz, ganz spannend. Man verbrennt den Brennstoff ausschließlich mit reinem Sauerstoff, kriegt aus Abgas in dem Fall nur mehr CO2 und Wasserdampf heraus. Wasserdampf kann man wunderbar kondensieren. CO2 bleibt über. Interessant ist das Verfahren aus meiner Sicht deshalb, weil Sauerstoff ja bei der Wasserstofferzeugung anfällt. Anfällt. Klingt so komisch. Aber bei der Elektrolyse, was ist ja da? Da wird ja Wasser aufgeteilt in Wasserstoff und Sauerstoff. Und der Sauerstoff, der da entsteht, den könnten wir einsetzen für so Oxifuel Verbrennungen. Das wäre es auch schon gewesen von diesem Modul. Ich hoffe, das war interessant für Sie, ein bisschen was, einen kleinen Einblick zu kriegen über die Technologien in Bezug auf Klimaneutralität in der Industrie. Und in dem nächsten Schritt geht es eben weiter. Wir schauen uns an, wie die Industrie den Flexibilitätsbedarf der Zukunft eben decken kann bzw. da einen Beitrag dazu leisten kann.